Alles klar, Kumpel? Nein, in den letzten Tagen ist es ziemlich ruhig hier gewesen. Mach die Tür auf, Jack. Naja, schaden kann's ja wohl nicht. Gegner anvisieren und beseitigen. Nicht auf Unschuldige schießen. Vorabschusszielobjekt als feindlich bestätigen. Verstehe, Schein. Achso, Schein. Okay. Sequenz abgeschlossen. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Was ist hier los? Wer war das? Helfen Sie mir, Sir. Bitte helfen Sie mir. Laufen Sie! Laufen Sie! Halten Sie durch. Gleich kommt ein Rettungswagen. Sie müssen die Zwillinge warnen. Da oben, die Treppe...